In diesem Modehaus befindet sich unser Fahrstuhl des Schreckens. Stufe 1, der Zombie aus dem Schaufenster. Oh Gott! Hallo! Einen Moment bitte! Welche Stockwerke haben Sie? Dritte. Dritte? Dann die Puppen werden dort abgeholt. Danke, ja? Ja. Guck mal, was da drin ist. Stufe Wege aus. Ist der in echt? Nein. Der riecht. Saison. Zwei. Danke. Danke für die Gesellschaft. Boah, Scheiße! Und jetzt zünden wir Stufe 2, der Bacillenangriff. Ha? Tschi! Ah! Entschuldigung. Ah! Guck mal, wie hat die Schnupfen erwischt? Tschi! Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich bitte in die andere Richtung schnäuzen. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ja? Ja. Oh, ist das! Oh! Was haben Sie denn jetzt gemacht? Entschuldigen Sie bitte. Ja. Was ist das? Nehmen Sie mich um. Ah. Ja. 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 Entschuldigung. 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 Ja. Entschuldigung. Und zum Schluss läuft der Countdown für Stufe 3, Verschwunden im Fahrstuhl. Hallo, guten Tag! Würden Sie für mich die zwei drücken, bitte? Zwei? Dankeschön! Nee, eins wollen wir mehr, gell? Ich glaube, ich habe jetzt gerade mein Handy liegen lassen. Würden Sie das ganz kurz mehr für mich halten? Ja, komm mal hier abstellen. Ah, jetzt fällt da noch das Licht aus. Ich suche mein Handy. Ja. Haben Sie gedrückt? Wo wollten Sie hin? Welchen Stock? Ich wollte gucken, wer war du. Im Zweigen, ja. Da war noch jemand drin. Wenn das Licht ausgegangen, da war er weg. Das ist aber unerklärlich. Sie waren zu dritt im Fahrstuhl? Ja, klar. Ich habe Sie jetzt einsteigen sehen, aber... Ja, da war noch ein Herr drin mit der Tasche. Das ist die Tasche von dem Herrn? Ja. Halt mal ran, meine Tasche, ich habe mein Handy vergessen. Aber wo soll er denn da hin? Also, ich verstehe Sie jetzt nicht. War mal so, da war das Licht aus und weg, war aber. Ja. Hallo. Hallo. Würden Sie für mich die zwei drücken, bitte? Ach, mach ich doch. Das ist mir ein Film da. Das ist mir ein Film da. Wenn Sie schon mal dabei sind. Ich finde jetzt... Oh! Das ist ja eine klassische Situation. Würden Sie mich für mich auf die zwei drücken, bitte? Ja. Du lieber Gott. Was war das denn jetzt? Das gibt es ja nicht. Hier war ein Mann? Ja, da war ein Mann drin. Der hat noch gesagt, ich bin zu für mich auf die zwei. Ich meine, hier steht eine Tasche. Das ist Ihre Tasche, ja? Nein, nein. Warten Sie mal, wir machen mal die Tür zu. Ich gehe nicht mehr rein. Ja, ja, ich mache mal zu. Also, Sie sind ja an sich, da war ein Mann drin. Ja, sicher. Er hat ja noch gesagt, würden Sie für mich auf die zwei. Ich habe auf die vier drückt. Und da sagt er, würden Sie für mich auf die zwei. Hier ist er wieder. Darf ich jetzt nach oben fahren? Das ist... Wo kommen Sie dann jetzt her? Ich warte jetzt auf Sie. Sie waren ja gerade hier... Nein, also, ich bin ja nicht blind. Ist das der Herr? Der selber. Sie haben noch zu mir gesagt, würden Sie auf die zwei. Auf die zwei, genau. Ja, wo waren Sie denn? Hallo. Guten Tag. Würden Sie für mich mal netterweise die zwei drücken? Ja. Dann haben wir nämlich weniger wie sonst, weißt du? Ja. Die Kilometer wegfahren. Ja. Nächste Woche, Montag, noch mal treffen. Mal gucken, ob er es geht. Oh, mein Gott, was ist denn hier? Drück mal deinen Puffer. Soll ich schon mal drücken, oder? Soll ich schon mal drücken, oder? Wollen Sie mich auch weg dann? Ich drück gar nicht jetzt. Ah! Ah! Ich hab dich gesorgt, los uns noch. Hey! Ah! 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 Ah!